Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir aus Patch 9.15 erhalten können. Und zwar ist das dieses hier, Kofans Ruf, schimpft sich das? Und das können wir nur erhalten, wenn wir bei den Night Fae sind und das Konservatorium der Königin freigeschalten haben. Und jetzt ist es so, ich befinde mich hier schon im Konservatorium der Königin und hier können wir ja Geister in diese Samenkapseln einsetzen und nach drei Tagen, beziehungsweise wenn wir da natürlich hier nochmal so einen Katalysator draufpacken, ein bisschen schneller wieder rausholen. Dafür gibt es dann Random Belohnungen und dieses Toy können wir aus einer von diesen Kapseln rausbekommen. Was müssen wir dafür tun? Wir müssen einmal einen von diesen Geistern einpflanzen. Und zwar gibt es insgesamt vier verschiedene Arten von Samen, die wir einpflanzen könnten, beziehungsweise Geistern. Es gibt einmal stolze Geister, das sind die aus der Bastion. Dann gibt es die kämpferischen Geister, die sind einmal aus Maldraxxus. Dann gibt es hier die stolzen Geister, die kriegen wir einmal aus Revendreth. Und die letzte Art sind die ungezählten Geister, die bekommen wir aus dem Adenwald. Oder die stammen aus dem Adenwald, besser so gesagt. Diese Samen können wir einmal in Kortia zum Beispiel von Rares looten. Wir können die vom Schlund von Rares looten. Wir kriegen die von den Venari-Daily-Quests raus. Oder auch von den Missionen hier, wenn ihr Nightfale seid, gibt es dann ab und an auch Quests, wo wir die da einmal erhalten können. Ich glaube, ich habe sogar auch was losgeschickt. Hier seht ihr, der große ungezählte Geist ist genau den, den wir haben wollen. Und der große ungezählte Geist, auch nur der, kann uns quasi das Toy droppen. Ich habe jetzt gerade hier keinen da, aber ich habe die anderen, wo ich euch das zeigen kann. Wichtig ist, ihr könnt ihn nur erhalten, wenn ihr mindestens zwei von diesen epischen Katalysatoren eingepflanzt habt. Diesen epischen Katalysatoren bekommt ihr aus der Paragon-Kiste raus und aus vielen anderen Möglichkeiten. Hinten gibt es auch einen Händler, wo ihr die Samen für die Katalysatoren einpflanzen könnt. Da könnt ihr quasi auch diese epischen Katalysatoren bekommen. Jetzt ist es wichtig, dass wir quasi uns eine Samenkapsel raussuchen, wo wir minimum zwei Verbindungen haben. Umso höher ihr euer Konservatorium habt, umso mehr Verbindungen bzw. mehr Samenkapseln schaltet ihr quasi frei. Also ich habe hier ein maximal ausgebautes Konservatorium. Dementsprechend habe ich da mehr freigeschalten. Was ihr jetzt machen könnt, zwei von den epischen ranbasteln, dann zum Beispiel eins von den grünen hinsetzen, dann dauert das nämlich einen Tag kürzer. Also die grünen tun immer die Dauer des Ausbrütens um einen Tag verringern und die epischen erhöhen jetzt zum Beispiel die Qualität der Belohnung. Die blauen erhöhen die Quantität von zum Beispiel Handwerksgeschichten. Das brauchen wir jetzt aber hier ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt auch drei epische hinmachen, das hat dann keinen Nachteil. Ihr braucht halt minimum zwei epische und dann haut ihr den Samen rein. Wie gesagt, den ungezähmten blauen Geist habe ich jetzt nicht. Also das sind immer die großen ungezähmter Geist braucht ihr und da der große ungezähmte Geist. Den benötigt ihr. Es gibt halt so grüne, blaue und epische. Wahrscheinlich kommt es aus den epischen auch raus, weil die epischen können meistens alle das auch droppen, was die blauen droppen können. Und dementsprechend könnt ihr wahrscheinlich auch einen epischen nehmen. Bei mir hat es jetzt ein paar Trice gebraucht. Ich glaube so irgendwas zwischen fünf und zehn Trice habe ich hier quasi angepflanzt und habe dann tatsächlich das Ding gekriegt. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr halt ein bisschen länger das machen. Es kann aber auf jeden Fall droppen. Gut, so viel dazu. Kleine Randinformation. Kleine Randinformation immer erst die Katalysatoren anpflanzen, weil dann haben diese wildsamen Behältnisse quasi erst diesen Buff drauf und dann die Samen einsetzen. Sonst werden die quasi nicht gebufft und wir wollen es ja buffen, dass wir das Toy kriegen können. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal das Toy an sich an. Das heißt Kufans Ruf. Das lernen wir mal und dann können wir mal gucken, wenn wir das verwenden, verwendet Kufans Ruf, um ein paar flauschige Freunde zu beschwören. Das machen wir jetzt mal. Einmal drücken wir das und dann müssen wir das auch casten und ihr seht, hier sind auch diese Katalysatoren dran, seht ihr diese Pflanzen? Und wir haben ein paar flauschige Freunde. Wir haben einen Entfroschen, einen Hasen und ein Eichhörnchen, das wir hier gerufen haben. Sieht ganz nett aus, quasi könnt ihr euren eigenen kleinen Wildtierhof hier zusammen basteln. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Toy Guide. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr Glück habt als ich und da nicht x Wochen dran rumbasteln müsst. Und wie gesagt, ihr könnt es beschleunigen, wenn ihr an den großen Slots noch die Temporalblätter ranbastelt. Da könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!